Mit unseren Filmen im August ist etwas für jeden dabei. Du bist der Spider-Man. Filme mit den höchsten Einsätzen. Leg dich nicht mit mir an. Mit den größten Lachern. So schön wird dich nie wieder jemand heiraten. Was ist, wenn irgendwas schief läuft? Was soll schief laufen? Happy Birthday. Und Geschichten. Wenn jemand nicht zu mir rät, ist er gegen mich. Die man auf keinen Fall verpassen sollte. Der erste Typ, den du nach 17 Jahren hast, ist ein Feuerwehrmann, so wie Dad, ist schon krass, oder? Das wäre der Janik. Nein, da sind rotierende Klingen drin. Die August-Highlights, jetzt in ihrer A1-Videothek. Schulz. Also, um ein Avenger zu werden, gibt's da irgendwelche Tests oder ein Bewerbungsgespräch? Tu mir einen Gefallen. Kannst du nicht einfach der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft sein? Alles, Spider-Man! Bleib einfach auf dem Boden. Du bist der Spider-Man. Im August 1962 betrat Spidey zum ersten Mal die Comic-Bühne. Leg dich nicht mit mir an! Und Peter Parker feiert seinen Geburtstag am 10. August. Deshalb schmeißt A1 diesen Monat eine filmische Party mit den Abenteuern der beliebtesten Spinne der Welt. Die Spider-Man-Filme, jetzt in ihrer A1-Videothek. Scott ist 24, er ist nun mal so wie er ist. Ich finde, jetzt bist du mal dran. Keine Sorge, Mom. Ich weiß, deine schlaue Tochter hat uns wegen der Uni verlassen. Aber ich bin noch da, ich bleib und zwar für immer. Ja. Ja, du musst mich in Zukunft hier mehr unterstützen. Vielleicht bringst du Rays Kinder in die Schule. Kelly, kennst du den Mann? Er ist ein Freund. Geht's dir gut? Sag die Wahrheit. Mir geht's gut. Ach, hier kriegen sie nix raus. Wir haben das lange geübt. Du machst alle Leute um dich herum verrückt. Man tickt total normal, aber unter deinem Einfluss benimmt man sich dann wie Jack Nicholson aus Shining oder so. Ich sag meiner Mom, du wolltest mich ertränken. Das ist ein Kinderpool. Du bist fast zwei Meter groß. Alle sind immer nur enttäuscht von mir. Ich kann's irgendwie keinem Recht machen. Verstehst du? Danke, dass du mir zuhörst. Du bist eine der wenigen, die mich normal behandeln. Mach ich doch gern. The King of Staten Island. Kinopremiere daheim. Ab sofort in der A1-Videothek. Ein Hip-Hop-Troll? Tiny Diamond ist mein Name. Be my daddy. Keine Frage. Die Wahrheit ist, es gibt noch andere Arten von Trolls. Wow, wirklich? Die anderen Trolls sind nicht wie wir. Sie singen anders. Sie tanzen anders. Die sind sowas von anders. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Happy Birthday? Wir müssen alle Trolls vereinen, damit Barb nicht die Musik zerstört. Ich komme mit dir. Los, retten wir die Welt! Charlyce, Jennifer, Melissa. Drei hochkarätige Schauspielerinnen. Daniel! Dreimal tough. Dreimal sexy. Es ist wie ein Pretty Woman. Nur ist sie Richard Gere und du Julia Roberts. Dreimal unendlich komisch. Diese Frauen sind einfach nur traurig. Sie hat sich bestimmt nur versprochen. Traurige, gelangweilte, einsame, traurige Frauen. Aber vor allem dreimal Geburtstag. Happy Birthday, Charly's, Jennifer und Melissa. Ich glaube, ich habe mir das Becken gebrochen. Und zur Feier alle ihre besten Filme. Jetzt in ihrer A1-Videothek. Das dürfte spannend werden. Wir wollen doch keine Massenhysterie. Sommer, Sonne, Superfilme. Ja, Baby! Im Sommer 2020 gibt es 20 Filme. Für jeweils nur einen Cent. Oh Mann. Mach dich auf was gefasst. Ob große Emotionen, explosive Action oder Filme für die ganze Familie. In der A1-Videothek ist für jeden was dabei. Und das für nur einen Cent pro Film. Wunderschön. Die 1-Cent-Sommeraktion. Jetzt in ihrer A1-Videothek. 21.475 Euro. 21.475 Euro. 21.475 Euro. 23.575 Euro. 23.143 Euro. Hier würde ich unseren Finanzvorstand, Herrn Müller, reinbitten. Spektakulärer Auftritt von Herrn Müller. Herr Meier muss durch den Tisch. Ein Freiflug für Herrn Meier. Ha, runter kommen sie alle. Oh, das ist ja der Wachsinn. Und der Müller, der freut sich darüber. Und Herr Meier hat Feierabend. Und wir haben auch Feierabend. Die Sendung ist beendet. Das Leben ist besser mit Wrestling. Und Wrestling ist besser mit AEW. All Elite Wrestling Dynamite. Die brandneue Wrestling Liga auf TNT Serie. Jeden Freitag um 21.45 Uhr. Nur auf TNT Serie. Und dein Alltag hat Pause. 17 in Zeile 7. 20 in Zeile 8. 20 in Zeile 8. Vielen Dank.